Visionen Auf einmal ist die Welt ausgehebelt. Die übliche Welt findet nicht mehr statt. Deine üblichen Konditionierungen sind obsolet. Es ist plötzlich eine Vision in dich eingedrungen. Ich sage wirklich so, in dich eingedrungen. Du hast eine Vision gehabt. Und wenn du wirklich aufpasst in deinem Leben, dann verpasst du eigentlich auch gar keine Vision. Dann entstehen kleinere oder größere Visionen immer wieder. Du betrachtest irgendetwas, irgendeinen Verkehrsfluss oder du bist irgendwo unterwegs. Egal ob beim Straßenbummel, beim Einkaufsbummel, bei deiner Arbeit oder sonst wo. Es passiert eine Vision, wenn du sie nicht willst und wenn du damit nicht rechnest. Plötzlich kommt eine Klarheit. Plötzlich bricht eine Erkenntnis in dich ein. Das ist etwas Visionäres. Wie habe ich mich angestrengt in meinem Leben, um Visionen erfahren zu wollen, zu können, zu verlangen. Und dann kam diese Vision nicht. Stattdessen kam etwas ganz anderes. Das auch wertvoll war, weil das Leben, wie es läuft, ist immer wertvoll und immer wichtig. Egal welcher Tag gerade vergangen ist und welcher Tag kommt und welche Zeiten da sind. Und mit wem du zusammen bist, spielt gar keine Rolle. Weil es ist immer alles wertvoll und wesentlich. Aber die Visionen, auf die es ankommt, die passieren. Das sind Einbrüche. Ich habe gestern ein Audio gemacht über Einbrüche der Wirklichkeit. Die Wirklichkeit ist, wenn etwas einbricht, wenn etwas immer wieder stets vollkommen neu ist. Egal ob negativ oder positiv neu. Und das Gleiche gilt oder Ähnliches gilt für die Visionen, die wir haben als Menschen. Du wachst in der Nacht auf und hast eine Vision, eine Erkenntnis, die du tagsüber gar nicht haben kannst. Weil es viel zu turbulent ist, weil du zu vereingefahren bist, weil du irgendwo verpflichtet bist zu etwas und dann gar nicht mehr so richtig da bist. Und in der Nacht, wenn du plötzlich aufwachst, aus dem Tiefschlaf oder aus dem oberflächlichen Schlaf, dann passiert plötzlich so etwas wie eine Vision. Plötzlich ist eine Klarheit. Und eine Vision ist ja nichts weiter als eine Klarheit, die plötzlich einbricht. Etwas, was in dem Üblichen, in dem Konditionierten, in dem Möglichen, in dem Erwarteten nicht drin ist. Also nicht folgerichtig ist. Eine Vision kann niemals folgerichtig sein, sondern sie ist deswegen eine Vision, weil sie plötzlich eintritt. Plötzlich merke ich, wo es lang geht. Plötzlich bemerke ich, was wichtig ist. Plötzlich begreife ich, was ich ewig nicht begriffen habe, weil ich es einfach nicht mehr gewollt habe in dem Sinne oder inszeniert habe oder absolut haben wollte und all das, sondern es passiert plötzlich, so ganz bequem, aus heiterem Himmel heraus wie ein Blitz. eine Vision, eine Klarheit, eine Deutlichkeit. Ich habe das mal beschrieben in einem Stück, das ich geschrieben habe. Da ist ein Mann an dem Flughafen gewesen, in diesem Gewimmel eines Flughafen-Terminals, wo sich viele Menschen bewegen und vorhanden sind. Und er ging die Treppe runter. Und in dem Moment, in dem er die Treppe runtergegangen ist, das war so die Ouvertüre auch zu dieser Erzählung, da bemerkte er plötzlich, dass er mit dem Flugzeug abstürzen wird. Eine Vision, ein Einbruch, ein fulminanter Einbruch in seinem Leben, der gerade mit diesem Kaffeegeruch durch seine Nase ging, der ihn gleichzeitig in der Wahrnehmung erfasst hat. Er ging die Treppe runter, er hatte diesen Kaffeegeruch, dieses Gewimmel von diesem Terminal und er wusste, dass er mit dem Flugzeug abstürzt und stirbt und umkommt. Und im nächsten Moment hat er diese Vision vergessen. Wie sollte es anders sein? Wer mag schon die Vision, dass er mit dem Flugzeug abstürzt? Wer mag schon so etwas Schreckliches zu haben? Wir müssen das verdrängen. Das ist auch wichtig so. Und jeder von uns hat seinen Tod eigentlich vor sich. Und jeder von uns weiß, wie der Tod irgendwann geschieht. Jeder, jeder, jeder kann das, jeder weiß das. Aber glücklicherweise schützt ihn sein Unterbewusstes vor dem. Aber diese Vision meine ich ja gar nicht, sondern ich meine diese kleinen Visionen, worauf kommt es an, was ist wichtig? Was ist wichtig jetzt hier für mich in meiner Arbeit oder so? Ich stelle mich nicht penetrant und penetrierend diese Frage, soll ich oder soll ich nicht? Und diese ganzen Entscheidungen, dieses ewige Lamentieren von Gedanken, die stattfinden, dieses ewige Pro und Kontra, diese Diskurse und diese Dialoge oder Monologe, die wir führen, sondern die Visionen, die plötzlich einbrechen. Ich kann sie einfach so erwarten. Sie passieren einfach. Wenn ich sie wirklich versuche, freizulassen, diese Visionen, dann geschehen sie in meinem Leben. Dann passieren sie. Dann passieren sie immer wieder. Und das sind eigentlich so die Klarheiten, von denen wir leben im Leben. Dann weiß ich, worauf es ankommt. Dann kann ich sagen, ja mei, diese Beziehung, die ich jetzt gerade zu dieser Frau habe, die ist so und so und so. Dann mache ich mir keine Illusionen, auch keine Hoffnungen, falschen Hoffnungen, sondern ich bemerke diese Vision, die da ist und dann ist gut. Dann kann ich entscheiden, was mache ich. Also eine Vision ist eine Wahrheit. Eine Vision ist tatsächlich die Möglichkeit, wirklich durchzublicken. Und es ist egal, was ich dann mache oder für was ich mich entscheide. Die Vision hat mir etwas gebracht. Darum geht es. Auf einmal ist wirklich die Welt ausgehebelt. Und meine Befürchtungen, meine Ängste, meine falschen Illusionen und Hoffnungen sind hinter mir, sind gar nicht mehr da. Ich weiß plötzlich, Achtung, plötzlich, dass etwas so ist. Und woher das kommt und wie das geht und wie das genau funktioniert, das interessiert mich überhaupt nicht. Sondern es passiert einfach so. Es steht mir zur Verfügung in meinem Leben, wenn ich nur richtig hingucke und hinschaue und hinfühle. Und all das, das sind Visionen. Visionen als Bereitschaft, etwas zuzulassen, aber nicht darauf zu hoffen, es nicht zu erwarten, es nicht zu wollen, es nicht zu schustern oder zu bearbeiten oder sich anzustrengen, damit so eine Vision passiert. Das ist nicht im Sinne der Vision. Die Vision ist vollkommen frei. Die Vision ist vollkommen unabhängig. Es ist eine Wahrheit, die stets eindringen kann, wenn ich dazu bereit bin. Und wenn ich bereit bin, bedeutet das, dass ich frei bin. Frei bin von dem, ich will es genau wissen. Und ich will es wirklich in Wahrheit wissen, was dann in Zukunft passiert. Das ist es nicht. Sondern Visionen ist vollkommen frei. Plötzlich. Plötzlich. Unerwartet. Unaufgefordert. So geschehend im Leben. Visionen. Auf einmal ist die Welt ausgehebelt. Vorher ist die Welt. Alanler. U complementика. Am Ende. Am Ende. Vielen Dank.